hallo leute ja heute geht es um dichtungen der firma ellring und das ist kein werbevideo ich gehöre weder der firma an noch bekomme ich irgendwie einen lausigen cent von denen ich bin halt nur ein schrauber der gerne gute und aber auch vor allem originale teile dann wenn sie gut sind gerne verbaut und problem ist heute auf und anderen verkaufsplattformen hinterlöfen und sonstigen anbietern es ist sehr schwierig tatsächlich ein original zu bekommen auch wenn man es nicht glaubt erstmal zur preislage ich habe dieses also diesen dichtsatz ist ein ganz normaler alten opel habe ich für 20 euro bei einem autorisierten händler gekauft auf den verschiedenen verkaufsplattformen gab sie schon ab 14 15 teilweise aber dann auch noch mal mit porto war man also auch bei 20 und der höchste preis den ich im netz gefunden habe von irgendeinem freundlichen anbieter war 40 euro das heißt das doppelte was ich bei einem normalen händler bezahlt hätte keine ahnung was das bote kostet ich weiß noch nicht welche dichtungen jetzt original bei opel verbaut werden oder bei anderen herstellern bei ellring ist auf jeden fall klar die gibt schon ewig ich selber verbaut die seit 40 jahren ich habe also damals bei meiner kreidler schon damit angefangen und war immer zufrieden ja warum habe ich diese dichtung überhaupt ich habe vor vier jahren drei oder vier jahren auf ein dichtsatz gekauft auch so ein der sah auch so ähnlich aus der ist aber schon wieder undicht ja und da habe ich mir gedacht okay dann gucken wir doch mal was da sache ist also ist vom lizenzierten händler inklusive der schrauben keine ahnung was ihr für teile habt ich zeige euch jetzt was auf jeden fall ein original haben muss das original muss ist jetzt hier beschädigt das habe ich selber gemacht weil ich bin der moped zum händler gefahren musste in dichtsatz irgendwo dranhängen damit er nicht knickt also habe ich einfach noch reingemacht mit der an den lenker passt so haben normalfall sollten die nicht beschädigt sein vor allem nicht im bereich der metall dicht ringe soll hier auf diesem sehne schon von außen okay alle vier dicht ringe sind miteinander verbunden also sind aus einem groß bei vielen dicht setzen die ich sehe sind die einzeln und auch beim letzten tatsächlich den ich gekauft habe war das einzeln ich könnte mir vorstellen dass es schwieriger ist so einen ganzen vierer satz herzustellen als vier einzelne die irgendwie plus minus mehr oder weniger passen und die man dann einfach in so eine vorgabeform rein drückt okay so viel dazu hier haben wir das siegel und die werden mittlerweile auch nachgefälscht man kann auch im netz bei herring selber schauen wie man da fälschung erkennen kann das spiegelt ganz schön mein gott spiegelt die kamera ihr seht dass das hier mit der farbe kippt dass das tiefen wirkung hat auf der firmenseite wird erklärt dass die fake nummern aufgedruckt sind hier sind die offensichtlich ausgespart das sehen wir aber gleich erst wenn wir den aufkleber abhaben ob der tatsächlich durchlässig ist fälscher aus china und aus dem ostblock drucken einfach die nummer hier oben oder unten auf das dann auch wahrscheinlich in der regel meistens dieselbe nummer weil es natürlich keinen sinn macht ständig diese nummer zu ändern aber okay auch die arbeiten heute mit computertechnik muss man also dann schauen also hier bei dem dicht satz und der beurteilung ob der original ist oder gefakt kommt es auf die gesamtheit der faktoren an ein so ein siegel kann jeder fälschen wenn aber wirklich alles gefälscht wird ist der aufwand in der regel für den fälscher so hoch dass es sich nicht mehr lohnt aber diese sätze werden auch in china für einen euro gehandelt hergestellt und dann bei jedem mal umpacken mit den händlern packt jeder wieder was drauf und am schluss zahlt man dann hier irgendwie 17 euro und denkt hurra ich hab was ganz tolles so also zurück zum siegel ihr seht schon das glänzt in der sonne mehrfarbig das hat tiefenwirkung wenn ihr eine lupe nehmt könnt ihr sogar hier lesen moment ich hole mal eine so gucken ob das klappt so hier seht ihr unter diesen punkten in diesem punkt hier in dem letzten neben dem l ring zeichen das auch fluss zieren muss soll normalerweise eine e drin sein also ich kann hier keins erkennen aber was ich erkennen kann ist das unter kunst licht und unter richtigem licht auf diesem streifen der unter den punkten ist den genau in der mitte seht der jetzt so ein bisschen gelblich aussieht dass da einmal l ring drauf steht und wenn ihr das unter ein anderes licht haltet dann steht da das original drauf tatsächlich hier haben wir die nummer das kann man natürlich ganz schlecht sehen ob das aufgedruckt ist oder durch geschnitten weil das unten drunter mit der farbe etwas schwierig ist das gucken aber gleich beim abreißen nochmal auf jeden fall auf diesem gelben balken hier in der mitte muss einmal l ring drauf stehen und bei anderen lichtverhältnissen also einem kunstlicht muss das original da stehen tatsächlich das ist echt in mikroschrift das kann man so ohne lupe gar nicht lesen das spiegelt sogar dass die kamera zeigt wahnsinn also schreit nicht gleich rum wenn er das nicht erkennen könnt wenn er es aber auch können können ja häufig erkennen könnt dann könnt ihr schon so ziemlich sicher sein dass das ein echter dichtsatz ist der auch dann hinterher echt dichtet gut das hätten wir erstmal soweit geklärt da aber viele gar keine lupe haben na ja pannen müssen sein also das ding hier kostet nichts außer zeit und arbeit also bitte nicht rummeckern so der satz muss erstmal einen guten gesamteindruck machen das heißt das ist ordentlich die folie ist ordentlich verschweißt die geht nicht wie bei manchen dicht sitzen irgendwo mit knüssel knassel sondern da kann man sagen obwohl er wahrscheinlich gar nicht in deutschland gefertigt wurde hat der deutsche qualitätsverpackung also das sieht alles sehr gut aus und auch wenn man die folie aufreißt lässt sie sich recht zäh ziehen dieses china zeug das ist so ein total dünnes und knistert auch in der regel dann machen wir das siegel ab also auch die dünne außen folie ist ganz schön stabil und hat ungefähr die konsistenz so von der frischhalte folie so hier haben wir das siegel noch mal und tatsächlich wenn man jetzt schaut das helle unten am bildrand ist tatsächlich die nummer also die ist tatsächlich nicht aufgedruckt sondern man kann durchschauen das auf jeden fall der beweis also das ist jetzt so leicht nicht fälschbar und der aufwand würde dann nicht mehr dem preis des satzes entsprechen so jetzt sage ich euch das siegel nochmals könnt ihr euch aber auf der hellring seite auch angucken so ihr seid aber jetzt draußen habt bei irgendjemand was bestellt oder der dichtsatz ist ins haus geflattert ist übrigens auch eine sehr opake folie also eine sehr durchscheinende sehr kann das sehr gut durchgucken also das ist eine qualitätsfolie es wird bei nachbauten nicht der fall sein auch ist das siegel rückseitig natürlich lesbar und schimmert auch hier in diversen farben glaube nicht dass sich ein fälscher da die arbeit macht wenn das nicht der fall bei euch ist dann lasst euch nicht so voll labern mit ja das alter dichtsatz von vorletzter woche stimmt nicht weil bei einem original ist auch das produktionsdatum aufgedruckt da kommen aber gleich zu so also wir haben einmal die folie hier aufgemacht es geht also auch recht stramm für so eine dünne verpackt folie so und die dichtung ist wieder in einer stabilen folie die ist sogar die hat einkaufstüten dicke der 70er jahre also die sehr stabil da ist die dichtung drin so die tue aber erstmal weg denn dazu muss auch noch ein zähler mit der adresse check die ruhig genau nach bei fälschung verschreiben die sich sehr oft weil das ist so ein chineser der kann hier mit arabischen ziffern und unseren schriftzeichen wenig anfangen das sind also schreibfehler drin oder sind nummern fehler drin in der telefonnummer in den postleitzahlen so muss das aussehen habt ihr dann auch die nummern zum vergleichen hier ist noch mal ein ganz winziges ladenblatt da haben wir auch die anzus reihenfolge okay das ist jetzt kein mechaniker tipp auch wir sind alle schrauber und einige von euch fangen eben erst an mit schrauben ich bin schon alter sack und es gibt demnächst vielleicht mein werkzeug zu erben deshalb lasst euch nicht von irgendwem auf gute frage net irgendeinen scheiß erzählen ja ja da muss man so und so anziehen nein dass die dichtung für das modell was und noch aufgeführt ist und das sind die anzus reihenfolgen und hier steht auch tatsächlich wie man das richtig anzieht lasst euch nicht auf tipps von super schlauen ein unten drunter steht natürlich stehen dann auch die motortypen hier 14nv c14nz c14se das sind die alten astra corsa a corsa b cadet e's ihr habt dann da was anderes stehen aber ihr solltet da stehen haben was ihr da habt wenn das da nicht steht ist das auch verdächtig auch ist der name so eine sache und zwar die firma heißt l ring klinger ag die heißt sich nur l ring also wenn da steht die gemacht von l ring in deutschland und deutschland dann mit oi geschrieben oder so dann ist ja auch okay das ist ein fake so hier haben wir noch einen alten barcode den kann man aber jetzt nicht kennen beziehungsweise habe ich keinen scanner schaut euch das papier an so muss es steht schon fast von alleine also das ist fantastisch das ist bei so nachdruck geschichten auch nicht der fall so die pappe ist normale pappe und sieht von der kante her so aus ist an den seiten ein bisschen zusammengedrückt könnte vom produktionsprozess oder extra sei also wenn er so eine ganz rechteckige kante habt ist da auch irgendwas faul wahrscheinlich so soweit dazu und unten habt ihr dann noch mal die nummer die können wir vergleichen wenn da irgendeine nummer drauf steht die überhaupt nicht existiert seid ihr auch reingefallen also die muss im netz nicht nur beim bei dem verkäufer und vielleicht noch drei anderen leuten die alle irgendwo ihre verkaufsläden in der nähe der polnischen grenze haben und deren betreiber oft auch polen sind sorry jungs ich will euch da nichts ich sage nur wie es ist also schaut dass ihr diese nummer findet unten ist die barcode nummer dann jeweils nochmal vier wäre wichtig weil das für deutschland steht dass in deutschland hergestellt worden ist ja könnte aber natürlich auch woanders hergestellt sein weil die schrauben zum beispiel kommt tatsächlich aus dem anderen land da komme ich aber gleich zu so also wir haben hier den barcode dann haben wir nochmal l ring germany und dann haben wir das produktionsdatum das ist der 24 2 22 ist also jetzt vier monate alt da die dichtung nicht nur aus dem metall besteht was jetzt zugegebenermaßen nicht altert aber auch aus einer kunsten mischung wie auch immer vergessen wie die heißt altert die natürlich weil das kunststoffe enthält kunststoffe alter deshalb solltet ihr vielleicht nicht gerade bei dichtungen so hurra ich habe jetzt so eine original dichtung von 1991 hier die seit 20 jahren im schaufenster von der sonne aufgefressen wird oder sonst irgendwelchen behandlungen ausgesetzt wurde bei den neu bestellten dichtungen kriegt ihr auch ein relativ zeitnah hergestelltes teil also das kann ein jahr oder zwei alt seiner so ist jetzt nicht wie hier nur vier monate alt sein lasst euch aber keine uralt dichtung andrehen weil er dann in der regel auch das problem mit dem siegel ist also natürlich gab es vor 20 jahren auf den älteren packungen diese siegel noch nicht auch nicht art verwandte das heißt wenn jetzt eins drauf ist auf einer 20 jahren packung ist auch irgendwas faul also wenn ihr alte dichtung eine alte dichtung kauft ist in der regel kein siegel drauf da müsst ihr selber nachgucken ab wann die die gebaut haben das will ich jetzt nicht recherchieren es sind auf jeden fall keinen neuen siegel auf alten packungen so hier wird noch mal darauf hingewiesen das original dann ist hier ein barcode leider habe ich kein smartphone und kann das nicht auslesen man sieht hier dass das wirklich sehr gut aufgedruckt ist mit einer teuren farbe das l ring symbol schaut wie das in der lichtquelle aussieht also wenn sich da bei euch nichts tut oder da ist auch nur ein schwarzer einfarbiger aufdruck würde mir dann auch zu denken geben so und hier ist noch mal das produktionsdatum damit keiner meinte ich erzähle quatsch natürlich wird das jetzt viele verkäufer ärgern ihr könnt dieses video für bei dem ich dafür für 10.000 kaufen dafür lasse ich mich tatsächlich raus kaufen aus der nummer und ihr könnt dann die leute weiter betrügen erin kann mich aber auch anstellen als prüfer was auch immer so ja ja wir sind alle käuflich und die zeit der zivilcourage ist deutlich lange vorbei das hat mich schon ganz viel geld gekostet während andere da kein problem mit haben deshalb so soweit zu der packung ok die kann weg jetzt schauen wir uns mal die richtung an in der regel die jetzt das könnt ihr nicht sehen vielleicht doch durch den matten glanz aber man kann es fühlen das ist so ganz leicht ein bisschen zügig also das ist nicht nicht wie der tisch glatt sondern man merkt diese beschichtung und die altert natürlich auch so zur dichtung selber wir haben hier bei diesem modell das der hauptkanal und da ist auch tatsächlich ein kupferring mit drin wenn da keiner drin ist oder da ist irgendwas aufgemalt das extra verstärkt weil halt der meiste druck drauf ist dann stimmt da auch irgendwas nicht ebenso zumindest für die opel modelle aber auch für andere die haben weil es unterschiedliche dicken gibt gibt es verschiedene kerben von ein einer bis ich glaube drei oder vier dann wird die dichtung immer dicker weil wenn man den kopf plant was jetzt gar nicht so oft nötig ist wie das auch irgendwelche auf gute frage behaupten dann könnt ihr auf jeden fall auch eine dichtung mit mehr zacken holen und dann ist das in ordnung so ja jetzt sehen wir die dichtung um so rum käme die tatsächlich auch auf den motor hier weiß ich nicht was das mit dieser komischen schlange soll aber okay das ist tatsächlich original ich hätte dagegen gewettet und hier sieht man auch tatsächlich auf der seite sind die ringe quasi auseinander die sind also nicht doppelt verbaut sondern die werden offensichtlich wenn das äußere teil gegossen wird wird das ist der komplette satz durchgedrückt und wird dann hinten umgebördelt sieht aus wie vier ringe sind aber keine vier ist trotzdem einer weil die vorne zusammenhängt so rum kommt ihr auf jeden fall drauf und wenn das eine originale ist dann muss hier auch oben und top stehen manchmal steht da nur top manchmal steht da nur oben oben ist ein gutes zeichen dafür dass das aus deutschland tatsächlich ist oder zumindest für den deutschen markt hergestellt dann scrollen wir so ein bisschen weiter und dann haben wir hier nochmal das l-ring symbol das ist mit dem licht ein bisschen schwierig aber hier könnt ihr sehen das l-ring symbol nochmal eingepresst und hier haben wir nochmal eine Kontrollnummer ja dieses zusätzlich bereits vorher aufgetragen diese dichtschlange das ist fahrzeugabhängig die sieht bei jedem wagen anders aus sowie auch die lochung aber diese restlichen merkmale müssen halt da sein also die nummer das firmenzeichen und tatsächlich der hinweis der hinweis ist auch oft belegen hier was nach oben soll da kann man sich jetzt nicht von täuschen lassen diese beiden anderen dinge sind aber in der regel nicht darauf wo man hier auch eine fantasiennummer drauf drucken könnte aber tatsächlich kann man auch diese nummer im netz suchen und die muss dann irgendwo sein nicht nur irgendwo bei irgendwelchen china produkten und fragwürdigen verkäufern sondern die muss dann tatsächlich auch an offiziellen offiziellen seiten auftauchen so ich habe jetzt noch mal den karton geholt und tatsächlich die aufgepresste nummer ist identisch mit dieser nummer sieht man also da ist alles okay wenn das nicht ist ist nichts okay natürlich werden irgendwelche verkäufer die euch dreck angedreht haben weil sie da einen fetten reibach mitmachen irgendwelche anderen geschichten erzählen meldet die einfach bei ellring das ist kein problem ob das weiter verfolgt wird und wirklich einen sinn hat weiß ich nicht hab das mal bei heller gemacht da war man am anfang sehr froh dann waren da aber bekanntere mitarbeiter involviert also in höheren etagen und plötzlich wurde nie wieder was davon gehört gut ist aber eine andere sache so soweit und kauft keinen schrott die ist wie klebrig muss man beim einbau also hatte die vorherige nicht die war auch von irgendeinem haha lustig zu behörer mann ja die brauche ich gar nicht ausbauen die andere das andere war eine fälschung das wenn man nicht immer ganz genau hinguckt schon wirst du beschissen so ist aber hier bescheid so für eine vernünftige überholung des motors sind natürlich auch neue schrauben nötig für den zylinder kopf weil man heute nicht mehr die alten benutzt die musste man auch noch nachziehen nach einer gewissen zeit ich hatte selber meinen motorschein da weiß ich allerdings nicht ich habe das mit einem kollegen gemacht und der hat dummerweise die kurbelwellenschraube angezogen ich weiß aber nicht ob er die nicht vernünftig angezogen hat oder ob wir die tatsächlich nochmal hätten anziehen müssen die hat sich auf jeden fall so nach 400 km gelöst auf einer ziemlich weiten fahrt wo ich 2000 km noch vor mir hatte und dann ging es aber erst mal 4 km in die andere richtung zurück auf dem hänger weil sich die schraube gelöst hat und die hat den keil rund gerissen dann hat sie die zündung verstellen und dann war der ganze motor am arsch das waren die paar cent nicht wert war eine blöde keilriemen schraube für unten die in die kurbelwelle kommt kauft euch lieber neu egal bei was vom auto und holt euch auch die zylinder schrauben neu sind jetzt den schrauben ja nicht jetzt für mich jetzt jetzt weil ich immer noch bis zur letzten sekunde die alten schrauben immer wieder reingedreht habe in die motor jetzt soll aber vernünftig halten weil ich auch keine lust habe mehr so oft zu schrauben also gebe ich der technik mal nach und sage ja okay wir steigen da um auf den schrauben so der karton ist auch von ellring also der war mit dabei da haben wir auch wieder das original dann ist da unten das produktionsdatum ist das überhaupt das produktionsdatum ach da ist der produktionsdatum 25.11.21 steht hier unten auf der kante und hier oben steht made in italy komisch okay die haben auch diesen vierer barcode aber da wollen wir ausnahmsweise mal drüber hinweg sehen hier haben wir auch wieder die nummer die muss man vergleichen können wenn ihr das nicht könnt dann habt ihr da auch irgendeinen fragwürdigen karton erwischt so auch hier glänzt der aufkleber schön also der ist wertig das ist nicht irgendein billiges bedrucktes klopapier ansonsten kann man leider hier außen nicht wirklich erkennen ob das echt ist oder nicht ellring kauft die sowieso nur zu aber es ist besser man kauft von einem vernünftigen hersteller zu als von irgendeinem schrott wo die ganzen alten cola dosen in den nuller jahren nach china gegangen sind jetzt alle hier wieder zurückkommen als werkzeugstahl haha und man hat da nichts als ärger also wir haben hier eine ordentliche lasche zum aufmachen natürlich ist das ja auch bedruckt und hier in diesem karton ist tatsächlich fachgerechte reparatur mit nur mit neuen zylinderschrauben aufgedruckt und dann nochmal das ganze in englisch französisch und spanisch also für den europäischen markt wenn da was in chinesisch und sanskrit steht ja dann sollte hier oben aber zumindest auch medien in india oder so stehen sonst ist das auch seltsam wenn da medien in india steht das sind karton wie so wir machen jetzt auf der vernünftige laschung so da sind die schrauben ja die köpfe haben irgendwelche merkwürdigen runen da drauf hieroglyphen also so kann man zumindest mal die qualität checken das ist so eine mittelmäßige qualität also das ist ja ja gut aber wichtig ist auch die farbe gefällt mir nicht das sieht so billig aus gut aber wie gesagt ist original ring kam vom gleichen händler ist na die sind ein bisschen eingehüllt die sind aber auch schlecht verarbeitet kinder kinder ja 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 naja ok ja ich gebe es zu ich mag die torx schrauben überhaupt nicht ich kann nicht allen sehen wieso man vom sechskant weg kam den sechskant kriegt man immer noch los auch wenn der komplette kopf verrostet ist hier bei diesen torx ist das so eine nummer da muss die nuss tausendprozentig passen da muss dann auch immer so eine blöde nuss dabei haben aber nicht sonst eben mal nachdrehen oder rausdrehen oder sonst was kann gut das kann man sagen muss man ja am zylinderkopf auch nicht aber hier geht es natürlich ums prinzip ok so sieht die sache aus wollen wir mal gucken ob wir hier noch irgendwas innen drin für beweisen für irgendetwas fehlt wir ziehen das also raus das ist ein klappkartönchen und hier unten ist noch eine ständerpappe gut weiter papiere sind nicht drin da lässt sich keine weitere erkenntnis gewinnen so sieht das an der seite aus wenn ich jetzt mal hier die fruchtelprobe mach naja gut ok kann man nichts machen wir lassen das da mal auf sich beruhen der druck sieht gut aus kann man das machen eine ecke reiben und wenn sich die farbe jetzt verschmiert dann ist das ein ganz billiger druck nein das ist ein guter druck gut das original das war so durchgehen auch wenn hier kein siegel drauf ist aber wie gesagt das sind massenproduktion und ich habe die jetzt auch nur mitgenommen um das hier für den test mal zu checken und die mal bei mir rein zu bauen also die sind jetzt hier nicht gegenstand der echtheitsprüfung aber die sind wohl echt also guckt dass eure auch so ein etikett haben wie gesagt hier mit in italy und das produktionsdatum darunter mit dem barcode TH ok und das seitliche zeichen und wie gesagt keine ahnung was man hier auslesen kann an dem code ah hier unten steht noch lring.de ja gut das war's so also ihr braucht jetzt keine imitate mehr zu kaufen und wenn euch einer imitate andreht dann könnt ihr jetzt auf dieses video verweisen jetzt wisst ihr auf jeden fall worauf es bei einem originalen satz ankommt und was tatsächlich drauf sein muss wenn das nicht drauf ist lass das weil das ist eine scheiße arbeit ihr hängt auch als mittelmäßig gute schrauber hängt ja da irgendwie den ganzen tag dran ganz oft macht man ja dann auch und man sagt naja komm ist schon auf dann machen wir auch den zahnriemen und ach komm dann machen wir auch die wasserpumpen unter thermostat und so weiter und schon seid ihr bei 100 200 300 euro nur an teilen und das lohnt sich nicht um a entweder 10 euro an dieser dichtung zu sparen weil man sie beim faker kauft oder ihr bezahlt sogar tatsächlich noch mehr als im normalen handel also guckt auf die l ring seite wo die vertragshändler sitzen und zu so einem fahrt ihr da gibt es zigtausende also selbst hier bei mir im kaff gibt es 3 tatsächlich ich habe mir dann die ich habe mir dann 2 2 kannte schon dann habe ich mir den dritten noch angeguckt und der wirkte tatsächlich noch vertrauenswürdiger und war auch sympathisch und hat auch die preise mit seinem taschenrechner kalkuliert und mir sofort obwohl ich noch nie da war ein paar prozente gegeben also war klar ich kaufe da heißt also ein frischer satz ganz leckerchen ganz original billiger als eine fragwürdige quelle irgendwo aus dem netz wo mir der postbote dann auch noch wenn er mir erst in den briefkasten steckt auch noch ordentlich knickt und ich die dann wegwerfen kann und wieder losziehe also ich kaufe ehrlich ganz viel im internet schon seit das geht ich bin ja schon ewig ich habe aber in den laufe der jahre auch gelernt was man da kauft und was man da besser nicht kauft und die kauft man eindeutig bei irgendeinem autoladen so ja ich hoffe ich konnte euch helfen ich habe selber für diesen satz als vorarbeit ich habe 30 stunden auf dieser bekannten internetplattform rumgeschaut nach den angebotenen sätzen und es war nicht einer sorry tut mir leid leute nicht einer wo ich mir 100 prozent sicher sein konnte okay der ist original es gibt keinen also vielleicht nicht bei diesem lichtungs typ sondern dann dass irgendwelche mercedes teile händler dann tatsächlich vertragshändler von ellring sind das kann sein aber jetzt hier in dem opel fall gab es leider kein der für diese 1 4 deckel vertragshändler war also bei ne scheiße keiner der entlade irgendein originales foto da war dann beispiel foto bei einigen ist dann war dann die rückseite zu sehen allerdings mit dem aufkleber den man tatsächlich am leichtesten fälschen kann keine ahnung warum wenn man 12 bilder gratis einstellen kann man tatsächlich nur einmal die umrisse dieser dichtung fotografiert und dann auch noch in einem schlechten licht sondern irgendwie mit photoshop erzeugt und einmal die relativ nicht sahen der rückseite sorry ja da müsste mit leben liebe händler nicht einer hatte ein foto wo man jetzt gucken könnte okay das sieht so und so und dann kommt ja das nochmal drauf und irgendwo ist auch halbwegs vernünftig nicht so kreuz und quer sondern halbwegs vernünftig dann der das echtheitssiegel aufgeklebt nicht einer ja da muss man auch damit leben dass dann tatsächlich keiner dann bestellt wenn jemand allerdings ein foto einstellt wo der satz tatsächlich so aussieht wo man auch sieht okay die dichtung ist nochmal in einer extra verpackung oben der rest macht auch einen guten eindruck und ist tatsächlich auch die siegel drauf auch wenn man erst nach dem abreißen prüfen kann dass man tatsächlich die nummern schaut oder das ist wie gesagt nur ein punkt von vielen dann könnt ihr den satz unbedenklich kaufen auch auf flohmärkten oder sonst irgendwo kann sein dass es gibt leute die kaufen werkstattauflösungen auf und haben dann irgendwelche teile über all das ist reell nur die meisten sind eben halt irgendwelche betrüger die euch direkt aus china andrehen wollen ja jetzt ist auf jeden fall worauf es ankommt und da seid ihr immer auf der richtigen seite wenn euch der film was genutzt hat und ich euch helfen konnte dann lasst mir einfach ein leichter okay danke two bis 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 bis